Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich bin noch kein Baby mehr, Mama. Hör auf, mich so zu behandeln! Hör zu, Micha. Hulda's Melo kommt direkt wieder zurück. Kein Zwischenstotz. Ja! Ich mache mir Sorgen um Alejandra. Jeden Tag. Sie ist zwar kein Kind mehr, aber noch lange nicht erwachsen. Sie muss noch ihren Weg finden. Ich erzähle ihr immer wieder von den Helden, die unsere Welt gerettet haben, um ihr Hoffnung zu geben. Doch ich habe Angst, dass sie eines Tages zu einer Entscheidung gezwungen wird, die den Rest ihres Lebens bestimmt. Hey, hey, Alec! Wo willst du denn hier, Süße? Nirgendwo hin. Nirgendwo ist richtig. Komme her. Ich will dir mal was zeigen. Äh... Hier! Hier! Guck dir das Ding an! Gib ihm, was es verdient! Ich... Ich weiß nicht. Ich muss jetzt los! Komm schon! Tu es! Ist doch nur eine Blechbüchse! Ich muss zum Laden, bevor er zu macht, oder meine Mama bringt mich um. Oh! Hey! Geht wohl kaum, wenn du kein Geld hast, nirgendwo! Jesus! Ich zurück! Ich brauche das! Hey! Komm her! Schnell raus! Hey! Ich hole dich! Ich hole dich! Mein Portemonnaie! Ah! 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 Nein! 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 Jo, gib mal nachschauen. Hey, komm schon, Kumpa. Steh auf. Was war das? Hast du was gesehen? Wer ist da? Schluß mir den Spielchen, Perro. Komm raus, um Kumpa. Nein, bitte nein! 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 Nein, 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 nein! Bitte! Bitte, bitte, bitte! Das sind nicht wir, eure Kassen! Nein, bitte, ich! Auf den Truck! Lasst uns abhauen! Schon leicht kommt ihr mir nicht davon. Nimm das! Ha, ha! Ha! Ha, ha! Ha! Ah! Du, du hast mich gerettet. Warum? Alte Angewohnheit, schätze ich. Geh nach Hause, Kleine. Hier draußen ist es nicht sicher. Du bist einer von diesen Helden, nicht wahr? Schon lange nicht mehr. Du bist ein Held. Ich habe mir Sorgen gemacht. Entschuldigung, Mama, aber du wirst nicht glauben, was gerade passiert ist. Los Muertos, wie haben mein Geld geklaut? Und an manchen Tagen sehe ich ein Lächeln in ihrem Gesicht und Hoffnung in ihren Augen. Dann denke ich, dass ich mir wohl doch keine Sorgen um Alejandra machen muss. Overwatch, ab 24. Mai auf PC und Konsole. Ja. Ja.